Hallo und willkommen auf dem Kanal Sky Bundesliga 2. Können Sie das Spiel live verfolgen des 2-Spieltags der Bundesliga. SV Werder Bremen, Borussia Dortmund, diesen Samstag, 31 August 2020 um 15.30 Uhr. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.